Schatz, liebst du mich eigentlich noch? Ja, Schatz, ich liebe dich. Ja, sicher? Ja, Schatz, ich liebe dich. Schatz, findest du mich eigentlich hübsch? Ja. Findest du nicht, dass ich irgendwie fett geworden bin? Nein, Schatz, du bist wunderschön, du bist auch nicht fett geworden. Ehrlich? Ja. Schatz, warum lügst du mich an? Ich bin fett geworden, ich seh das. Du findest mich hässlich. Du findest andere Umstände bestimmt als mich. Schatz, du bist nicht fett geworden. Du bist schön, so wie du bist. So wie ich bin? Ja. Weil ich gerade zugenommen hab, weil ich fett bin? Du bist nicht fett. Nein, du bist wunderschön, so wie du bist. Du findest mich fett, ey. Du findest mich hässlich. Schatz, geht's dir gut? Schatz, irgendwie tut mein Bauch weh. Sammy, was ist los mit dir? Wie, warum? Mein Bauch tut, ich hab Krämpfe. Krämpfe hast du? Ja. Kriegst du Stimmung, Schwankung, kriegst du deine Tage, soll ich dir einen Tampon im Bruch stecken? Wie bist du, wie redest du mit mir? Wie zickig du bist. Du nennst mich zickig? Sammy, wie so eine Frau, Alter. Nee, kann ich nicht mehr. Wie nervig bist du? Wie eine Frau. Du nennst mich zickig? Jetzt weiß ich wie ist es, ne?